Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Neutrends und News. Schneid euch an, bringt euren Sitz in die Carry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Renekton. Nachdem er in der Vergangenheit hier schon der Abfalleimer der Woche war, hat Riot ihn nun endlich gebufft und das massivst. Dementsprechend ist seine Winrate, Pickrate und Bunrate abartig explodiert. Er hat je nach Elo-Bereich teils über 6% Winrate-Intrees bekommen. Das schreit schon fast danach, dass man in 2 Wochen dann noch einmal mit den Änderungen zurückrudern darf. Bevor wir zum Abfalleimer der Woche springen, würde ich euch einmal kurz um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Welcher Champion war eurer Meinung nach beim Release am meisten OP für mich zu 100% Release, Xin Zhao? Schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Springen wir damit aber direkt zum Abfalleimer der Woche und das ist Cassante. Riot hatte ihn ja in Patch 14.4 adjusted und ich hatte direkt an unserem LOL Patch Rundown Format den Rift Report, den es so nebenbei jeden zweiten Dienstag um Punkt 20 Uhr gibt, direkt gesagt, dass das Ganze ehrlicherweise eine komplette Verarsche ist, denn das Ganze ist kein Adjustment, sondern einfach ein richtig ordentlicher Nerf. Seine Winrate ist je nach Elo-Bereich um mehr als 5% gesunken. Wann sieht Riot ein, dass sein Kit einfach nicht balance-bar ist und ja, gebt ihm vielleicht ein vernünftiges Reback? Denn seien wir ehrlich, wenn ihr in Gold oder darunter spielt, ich würde einfach dodgen, wenn ich jetzt einen Cassante in meinem Team sehe, denn seien wir ehrlich, der Champion ist fast Disco-Level-Nunu an Troll. Springen wir damit aber direkt zu unserem Nope der Woche und dort zu Twisted Fate. Er war in den letzten Wochen abartig broken, dafür war seine Bunrate aber erstaunlich niedrig. Jetzt, nachdem er leicht genervt wurde, ist seine Bunrate aber nochmal explodiert. Ja, nach den Nerfs. Für mich wieder einmal der Beweis, dass die Leute einfach keine Ahnung davon haben, was momentan broken ist und was nicht. Die sehen ihn dann einfach in den Patchnotes und denken sich, yo, wenn der genervt werden musste, dann ist der ja Turbo-OP, dann sollte ich den bannen. Die TF-Nerfs sind allerdings wirklich nichts Weltbewegendes. Wenn ihr ihn also lernen wollt, dann schaut unbedingt den TF-Guide auf unserem Kanal, den ich bei Deutschlands bestem Twisted Fate erstellt habe. Link dazu in der Beschreibung. Damit aber zum Broken-Pick der Woche und das ist Kassadin. Er ist seit Wochen in Emerald Plus extrem stark und scheinbar weiß das so ziemlich niemand, denn mit fast 54% Winrate hat er eine absurd niedrige Pick- und Bunrate. Dazu kommt nun auch noch, dass seine Core-Items aus Archangel und Malignance nun beide 5 zusätzliche Ability-Ace in Patch 14.4 bekommen haben. In Spielen, die länger als 30 Minuten gehen, hat er einfach 60% Winrate und ist die krankeste 1v9-Maschine. Machen wir da mal aber direkt einen großen Schritt zu unserem Item der Woche und das ist Jugshow. Dadurch, dass das Item nun jeder bauen kann, weil Mythics nun nicht mehr existieren, ist es ironischerweise nicht das Tank-Item der Wahl, sondern das Hyper-Carry-Item der Wahl geworden. Jugshow ist ein absurd starkes Item, wenn man es mit Terminers und Conditioning kombiniert und macht 1v9-Maschinen wie Kale, Masteryuu oder Vayne gestört tanky. Das Item hat auf jedem Carry-Champ fast 60% Winrate und ich spreche aus Erfahrung, wenn ich sage, dass ihr das Item auf diesen Champions unbedingt bauen solltet. Seid raffiniert, nehmt die Free Elo an. Zeit für den Fail der Woche und da habe ich einen wunderbaren Black-Screen für euch mitgebracht. Wenn ihr euch jetzt fragt, was labert der? Am Wochenende gab es bei der LEC massive Stream-Probleme, nicht nur, dass der Sound im Stream allgemeine ziemliche Katastrophe war, der Stream war auch einfach für über 6 Minuten komplett schwarz und nachdem irgendwann dann mal ein Beet wieder da war, gab es minutenlang keinerlei Sound. Erst als der Nexus dann schon fast gefallen war, waren die Issues gefixt. Was viele hierbei nicht wissen, mehrere große Loil-Persönlichkeiten hatten schon vor langem predicted, dass genau das passieren wird, dass die LEC-Produktion massiv in die Brüche gehen wird. Der simple Grund, Riot hatte mindestens 27 Leute, die in der LEC-Produktion arbeiten, gefeuert. Producer, Ingenieure und alle Observer bis auf einen einzigen wurden gefeuert. Das wurde dann natürlich auch im Chat zu einer gewissen Meme. Für mich ein massiver Fail, denn seien wir ehrlich. Das war eindeutig. Was erwartet man denn, wenn man 27 Mitarbeiter feuert, dass der Stream dann genauso weiterläuft wie vorher auch? Damit aber ab zum Trick der Woche und hier zu einem Tipp, mit dem ihr welchen schneller den Baron machen könnt. Wenn der Baron attackiert wird, bekommt das nächstgelegene Ziel zu ihm den sogenannten Baron Gaze Debuff. Dieser reduziert den Damage des Champions am Baron um abartige 50%. Wenn ihr also den Baron macht, dann sollte immer der Spieler, der am wenigsten Damage am Baron macht, am nächsten stehen, damit diese Person den D-Waff bekommt. Damit könnt ihr den Baron dann teils fast doppelt so schnell machen. Glaubt mir, selbst in Diamond sehe ich Support-Spieler, die die Überzeugung sind, dass sie ja einfach da hinten sich so ein bisschen abchillen können. Der Yi, der vorne, der macht das schon. Bevor wir zu den neuesten Nachrichten rund um Riot kommen, über 90% von euch haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Wenn ihr also keinen weiteren Kluftkurier oder Rift Report mehr verpassen wollt, dann abonniert unbedingt diesen Kanal. Damit aber zu unserer letzten Rubrik und zwar, was macht eigentlich Riot? Vanguard ist nun auf dem PBE aktiviert und bereits vor der Aktivierung gab es ohne Ende Leute, die auf dem PBE ohne Grund von Vanguard Permaban wurden. Ja, die wurden dann auch wieder entbannen, aber Riot selbst scheint von Vanguard nicht besonders überzeugt zu sein, denn zum dritten Mal hintereinander ändern sie in den Patchnose den Releaseplan von Vanguard. In Patch 14.2 hieß es, dass der Release in wenigen Wochen sei, in Patch 14.3 hieß es, dass der Release in Patch 14.4 oder 14.5 kommt und ihr seht, wo das Ganze hingeht. Mit Patch 14.5 wird Vanguard auch nicht in EU-West auf die Server kommen. Lediglich auf dem philippinischen Server wird man mit Patch 14.5 einen Probelauf machen. Wenn es so weitergeht, dann wird Stuttgart 21 noch vor dem Vanguard Release fertig. Das war es aber tatsächlich schon wieder vom Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten Leute Trends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Kanal, denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab. Bis zum nächsten Mal.